Gestatten, Borntl. Aber nicht James Borntl. Kramer, Borntl. Borntl, Kramer. Ich hab euch was mitzuteilen, ihr sterbliches Gesachse. Ihr wisst ja, der Virus hat euch voll im Griff. Ja und so, lasst euch nicht abhalten, kommt es trotzdem ins Theater, weil wir spielen. Und zwar, wir spielen durch, jawohl, ist alles genehmigt, sofern ihr die drei Gs befolgt. Entweder getestet oder schon genesen oder geimpft. Versteht's? Und dann müsst ihr trotzdem eine Maske tragen, während des Aufenthalts im Theater. Gleichzeitig bitte registrieren bzw. den QR-Code einstellen, was natürlich ein paar von euch alten sterblichen Hupfern vielleicht ein bisschen schwerfällt, weil ihr euch so digital noch nicht so informiert habt, aber jetzt wird's Zeit. Weil sonst wird's abgehängt. Versteht's? Außerdem bitten wir euch bitte 60 Minuten vor Vorstellungsbeginn sozusagen anzutanzen. Das wär schon wichtig. Und wenn die Vorstellung vorbei ist, dann bleibt sie erst einmal sitzen. Und dann kriegt ihr entsprechende Anweisungen, wann ihr wieder raus dürft. Das ist ja so, das muss ja so sein. Ich mag's auch nicht. Aber, was kann man machen manchmal, gell? Darüber hinaus möchte ich euch mitteilen, dass es trotz aller Gerüchte in der Tat noch Karten gibt. Online. Weil mit Telefon und so, da glaube ich, wird's langsam ein bisschen verzweifeln, weil dann hängt's ewig in der Schleife drin. Also, Online-Tickets sichern, ja. Und mit anderen Worten, Tatsache ist, wir spielen wirklich durch bis Mitte August. Und wie gesagt, es gibt noch Karten. Also, holt's es euch. Kommts! 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 Aaaaah!